Ganz schön knapp. Es bleibt beim 1 zu 0. Die Partie ist beendet. Nichts was mit dem Sieg heute. Bitter für die Spieler, aber vor allem auch für die Fans. Ja, die müssen sich aus dem gegnerischen Lager jetzt natürlich einiges anhören. Und bis die Mannschaft das im nächsten Duell ausbühen kann, das dauert ja noch ein bisschen. Untertitelung. BR 2018 Er bringt den Freistoß. Richtig guter Freistoß. Da war nichts zu halten. Richtig guter Freistoß. 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 Superflanke! Der Ball kommt durch und jetzt… Er zieht ab. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Gut gespielt, da zieht er ab, super gemacht vom Torwart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017